Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch super gut. Herzlich Willkommen zum weiteren Ranking und für dieses Ranking musste ich ein bisschen warten, denn ich habe mir Brad Easton Ellis' Buch The Shards aufgehoben. Und zwar monatelang, das ist ja dieses Jahr rausgekommen, es war sein erster Roman nach 13 Jahren. Wir hatten ja alle nicht mehr damit gerechnet und sind fest davon ausgegangen, dass Brad Easton Ellis nie wieder einen Roman rausbringt. Und jetzt, wo ich den letzten gelesen habe, es waren über 700 Seiten, ich habe kurz ein bisschen gebraucht, können wir endlich das Ranking aller Brad Easton Ellis Romane machen. Wer Brad Easton Ellis überhaupt nicht kennt und gar nicht weiß, wovon ich rede, der sollte gut zuhören, denn ich habe auch vor, immer ein bisschen noch was über den Roman zu erzählen, was ich ja muss, ich muss ja irgendwie rechtfertigen, warum der eine Roman da landet und der andere da. Aber versuchen auch nochmal so ein bisschen auszuholen und was das auch Besondere daran war, dass nach 13 Jahren wieder ein Roman erschienen ist. Also, die meisten von euch kennen wahrscheinlich American Psycho, den Film. Ja, das war Brad Easton Ellis' großer, großer Roman, erst auf dem Index, der ihn dann, obwohl er sowieso schon weltberühmt war, aber echt nochmal auf den Olymp geschleudert hat und ihn zum Enfant Terrible der Popliteratur gemacht hat. So, und es ist nämlich so, dass wenn man sich mit seinen allerersten Büchern beschäftigt, unter Null, mit seinem Erstlingswerk, dann sieht man sofort, dass im Grunde genommen die deutsche Popliteratur, Kracht, Stuttgart, Bach und so, die hätten wahrscheinlich gar nicht angefangen zu schreiben, hätten sie, hätte es Brad Easton Ellis nicht gegeben. Und ich weiß, dass die auch alle große Brad Easton Ellis Fans sind. Und Schucki hat auch selber gesagt, ja, nee, also ohne Brad nix los. Und selber ein sehr großer Fan, der ihn aber auch schon getroffen hat im Chateau Mamon. Ja, gut, ich würde sagen, wir machen das chronologisch vielleicht und da mich ganz oft die Frage erreicht, sag mal als Einsteiger, welchen Roman von Brad Easton Ellis sollte ich denn lesen? Das finde ich immer ganz schwer, weil jeder Roman schon immer so ein bisschen unterschiedlich ist, ist ein bisschen gewalttätiger als der andere und das Sujet ist aber immer so ein bisschen anders, sondern teilweise sind die Bücher auch ganz anders geschrieben. Und nicht in jedem Roman gibt es Horror-Elemente, nicht in jedem Roman gibt es... Nee, ich belasse es mal dabei, weil einer fragte mich, er sei ein großer Horror-Fan und da wusste ich dann auch, welchen Roman ich ihm empfehlen soll. Aber wir gehen einfach mal da so rein und ich erzähle mal was, ohne zu spoilern, aber sag mal so einen Satz über jedes Buch und dann kann man da nochmal entscheiden, vielleicht fange ich mal damit an, wenn man denn Lust darauf hat. Muss ja gar nicht. Bei mir, das wisst ihr, ist die Sache einigermaßen einfach. Das ist mein Lieblingsautor und immer, wenn Leute mich fragen, sag mir mal, welches dein Lieblingsbuch ist. So generell, dann nenne ich zwar einen anderen Autor und zwar mein Lieblingsbuch ist Kill Your Friends von John Niven, aber ein gutes Buch alleine macht noch nicht den Lieblingsautor. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man, auch wenn jetzt das Buch nicht so der absolute Hammer ist, wenn man das Gefühl hat, man spricht die gleiche Sprache oder man irgendwas kitzelt einen so sehr, dass man das Buch, nachdem man es beendet hat, sofort wieder neu anfangen will. So ein bisschen wie Hangout-Movies, von denen wir gesprochen haben bei Tarantino und so. Ich glaube, das sowas macht dann einen Lieblingsautor zum Lieblingsautor. Ja, so, wir fangen einfach mal an. Das ist alles so ein bisschen klein. Ich versuche das mal größer zu ziehen. Achso, wir müssen vorher klären, welche Kategorien wir haben. Wir haben plus das gewisse Extra, dann haben wir Meisterwerk, dann haben wir sehr gut, dann haben wir cool und dann haben wir schlecht. Eigentlich ist das höchste Meisterwerk bei mir, aber, da ich so viele Bücher von dem Herrn Alice gut finde, gibt es manche Bücher, die nochmal das gewisse Extra haben, wo ich dann selber darüber nachdenken muss, boah, warum fängt mich das so? Und ja, und da gibt es eine, wenn hier sich als Garder-Bretty-Snelles-Fans rumtrollen, dann wird es für die eine große Überraschung geben, denn da bin ich, glaube ich, mit niemandem einer Meinung. Also, wir fangen mal an mit seinem Erstlingswerk. Das übrigens, was ihr hier seht, sind die amerikanischen Cover. Das einzige Cover, was bei uns genauso aussieht, ist, glaube ich, The Shards, weil das habe ich selber da reingebaut. Und, ja, ich glaube schon, nee, Lunapark sieht auch so aus, aber ist auch egal. Wir fangen mal an mit Brad Easton Ellis unter 0. Unter 0, auf Englisch Last in Zero, kam 85 raus. Ich glaube, der Mann war 17, 8, er hat, glaube ich, mit 17 geschrieben, mit 19 ist es rausgekommen oder mit 20. Es hat so ein bisschen gedauert und es hat sich so sukzessive ganz schnell als so Campus-Klassiker an verschiedenen Unis entwickelt und alle sprachen über das Buch und der Mann hatte dann mit diesem Buch bereits ausgesorgt und war weltberühmt mit seinem Erstlingsroman, kann man sich nur wünschen. Es ist nicht besonders dick, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten, ich würde sagen, irgendwas zwischen 180 und 230, also eher so ein dünneres Ding. Aber ich weiß es nicht genau, ich habe es hier liegen, es liegt sogar da vorne, zusammen mit den anderen Büchern. Aber ja, ich tippe immer so, irgendwas um die 200 Bücher. So, und es geht um Clay, einen College-Studenten, der ungefähr so alt ist für Brad Easton Ellis, es gibt auch viele Parallelen und der kehrt in seinen Ferien zurück nach Los Angeles und es geht um so eine ganz, so ein bisschen abgestumpfte, monotone, erzählweise über die dekadente Welt von ihm und seiner Freunde um Drogen, um Beziehungen, um moralischen Verfall und dieser Art so ganz distanziert, nihilistisch und kalt zu schreiben. Das packt mich jedes Mal nach ein paar Sätzen so sehr, dass ich mir denke, ich will gar keine anderen Bücher lesen. Das ist, das hat so eine Anziehungskraft. Ich kann das ganz, ganz, ganz schwer erklären, aber unter Null ist bei mir nicht nur ein Meisterwerk, sondern hat auch das gewisse Extra. Ja, so, dann kam das zweite Buch und das ist das Cover hier. Man kann es ganz schwer lesen, was da drauf steht. Jetzt könnt ihr es vielleicht sehen, hier steht The Rules of Attraction. So, The Rules of Attraction heißt auf Deutsch einfach unwiderstehlich. Der Film wiederum, der heißt Die Regeln des Spiels. sollte sich quasi wieder auf den Buchtitel so ein bisschen beziehen. Aber wenn ihr das Buch lesen wollt, auf Deutsch heißt das Buch einfach unwiderstehlich. Und einfach unwiderstehlich, ehrlich gesagt, ist in meinen Augen cool. Vielleicht auch sehr gut. Also es ist zwischen cool und sehr gut. Mich stört gar nicht so richtig daran, aber es ist so... Ich glaube, es sind zu viele Charaktere, die da ihre Story erzählen. Ja, und erzählt von verschiedenen College-Studenten, die am Camden College und Sean Bateman ist eine der Figuren. Der große Bruder, der taucht nachher dann nochmal in American Psycho auf. Paul Denton, Lauren Hynde oder Hint, ich weiß nicht mehr so genau. Und es geht wieder um die sexuellen Beziehungen zwischen den Studenten, ganz viel Drogenkonsum und über so ein bisschen Angst vorm Leben. So, ja, disillusionierte Lebensansichten. So ein bisschen so, was da noch kommt. Und man hat eigentlich das Gefühl, dass Brady Snelles immer darüber schreibt, was auch er gerade erlebt und was ihm passiert. Er ist ein ganz kleines bisschen jünger in Unter Null und dann sind die Charakteren slightly älter in Einfach unwiderstehlich dann am College. Ich glaube auch teilweise dann alle in ihrem letzten Jahr. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, es sind keine Freshmen. Ich glaube, es sind so... Ja, die sind schon ein bisschen länger dabei. Aber es ist gehört... Also dieser Roman ist, glaube ich, der ist der, den ich am... Er ist am längsten her, dass ich den gelesen habe. Ja, also so richtig... Ist mir auch nicht mehr alles so im Gedächtnis geblieben. Aber ja, ist cool. Vielleicht sehr gut, aber ich weiß nicht so. So, dann kam sein absoluter Oberknaller raus. Das war American Psycho. Das ist für mich ein Meisterwerk. Aber mehr erstmal nicht. Und erklären wir gleich. Also American Psycho, da geht es um Patrick Bateman, einen New Yorker Investmentbanker und der ein Doppelleben führt als Serienkiller. Oder vielleicht auch nicht. Das war jetzt nicht, um am Spoilern vorbeizukommen, aber ihr werdet sehen. Und dieser Film hat eine... Das ist ganz abgefahren. Man könnte sagen, es ist eine Kritik an der 80s-Konsumgesellschaft und auch an der... Also keine Kritik an der Popkultur, sondern nimmt die ganze Popkultur sehr auf. Viele Filme, viel Musik, viele Produkte, viel Markenfetischismus. Und das kann aber... Also man kriegt eher das Gefühl, vielleicht findet Brad Easton Ellis das aber auch alles sehr, sehr, sehr geil. Und man verliert sich so ein bisschen in dem, dass man das auch selber ganz schön geil findet. Nicht die... Natürlich nicht die Gräueltaten und die Gewalt in dem Ding, aber dieses, was so verführerisch ist, dieses Glitzer und Glanz in der... In New York, in den 80ern, aber irgendwie ist alles so leer und so... Also so wie Konsum ja eigentlich auch ist. Es gibt genug Gründe, ähm... Danach zu schmachten und jeder mit Verstand hat auch genug Gründe, das abgrundtief bescheuert zu finden. Ja, und so ist American Psycho und Fakt, das American Psycho in New York spielt und nicht in L.A. Hat für mich schon so einen kleinen... Nicht Minuspunkt? Es ist sehr unfair, dem Buch gegenüber. Aber... Brad Easton Ellis hat eine Art, über seine Heimat, über L.A. zu sprechen. Ja, er ist selber, äh... im Valley aufgewachsen, behütet, also quasi, äh... Kurz hinter... Hollywood hinter den Bergen und... Ja, eine ganz, ganz besondere Erzählweise. Nicht, dass er jetzt nicht schreiben könnte, wenn er über New York redet, aber es ist schon... Ähm... Es ist irgendwie was anderes. So, dann kam ein Roman raus, der irgendwie nicht so wirklich Roman ist und zwar war das The Informer. Es heißt auch auf Deutsch, glaube ich, Die Informanten. Ich bin mir... Ich bin mir ziemlich sicher, da hat er wieder einen bekloppten Namen bekommen. Ich glaube nicht, ich glaube, der heißt Die Informanten. Und, äh, Die Informers ist nur... Pass auf, ich mach das mal so, äh, für den Fall, dass wir von allem auch was haben. Es ist nur cool. Äh, für mich ist es der... der... Ja, es ist das schwächste Buch vielleicht. Oder das zweitschwächste. Ist nicht ganz einfach zu erklären, weil im Grunde genommen, also das, was die Geschichte zusammenhält, ist LA. Spielt alles in LA und manche begegnen sich auch in den Storys. Aber es ist halt eine... Einfach nur auch wieder sowas, so Storys und Menschen beobachten und es geht um... Ich kann mich an Graham und Martin erinnern. Ich glaube, der eine ist ein Filmproduzent, der andere ist ein... Es sind alles irgendwie reiche Kids und... Ah ja, er schreibt doch zum ersten Mal aus der Sicht einer Frau. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Ne, das weiß ich nicht. Aber es geht wieder um diese moralische Verdorbenheit. Es geht um die Leere. Äh, um die... um dieses Gefühl... das Gefühllose... Und es ist schon alles wieder so da, dass man, wenn man anfängt zu lesen, man merkt, oh, ich habe... Irgendwie habe ich das vermisst. Aber es fügt sich so nicht so richtig zu einem Ganzen. Und eigentlich, weil ich schreibe ja gerade an Diamanten und das ist ja genau das Gleiche in dem Sinne nur, was die Form angeht, dass es ja zwölf Kurzgeschichten sind, aber auch nicht wirklich. Eigentlich sind es zwölf Kapitel, weil die Geschichten miteinander verknüpft sind. Und das mag ich eigentlich und das fand ich auch ganz geil. Aber ich finde auch, ich finde den Anfang furios und dann finde ich nachher ein paar Geschichten irgendwie nicht so gut. Werde ich demnächst aber auch nochmal reinlesen. Ich habe es letztes Jahr nochmal auf Englisch gelesen, habe es mir gekauft in der Ley. Aber ja, da würde ich es jetzt erstmal hinpacken. So, dann kam ein absolutes Brummswuchtwerk, das hieß Glamorama. Und Glamorama, das war auch so richtig, okay, wir machen, wir knüpfen nochmal an den Erfolg von American Psycho an. Und Glamorama ist aber bei mir nur bei cool. Und ich würde mal sagen, hier. Und das hat einen Grund, also ich muss sagen, als ich Glamorama das erste Mal gelesen habe, bis zur Hälfte, habe ich gedacht, oh, oh, himmlisch, total geil. Weil, der hat das so auf die Spitze getrieben, erstmal so eine Stakkatoform zu schreiben, ohne Punkt und Komma. Wahnsinnig dialoglastig auch. Und dieses, wie der Name schon sagt, Glamour und Fame von Menschen, alles so auf die Spitze gestrieben, es geht um Victor, ist der Hauptcharakter, das ist ein Male Model, der, was sagt er, hat er mal gesagt, der sieht aus wie, selber meint er, würde aussehen wie Ken Reeves, also junger Mensch. Und der möchte es eigentlich in der Model Welt schaffen und wird dann in so eine terroristische Vereinigung in sein Paranoia-Ding reingezogen. Und ich glaube, wenn man mal so guckt oder was denn die Zusammenfassung, die Synopsis sein soll, ich glaube, dann war das so, dass das eine terroristische Organisation unter dem Deckmantel einer Modelagentur war, glaube ich. Das Buch wird fast inkohärent, finde ich, ab der Mitte ist es wirklich so, wo ich meistens denke, was habe ich irgendwas verpasst, was ist denn hier los? Es ist wesentlich sexueller und gewalttätiger als die Informanten sowieso und als Rules of Attraction und dann wohl auch. American Psycho ist halt sehr gewalttätig, sehr sexuell, aber Glamorama ist nochmal ein Stück härter, finde ich fast. ja, aber irgendwie weiß ich nicht, ich finde es, es wird, es ist ein bisschen anstrengend, ich finde es ein bisschen anstrengend, ist auch wieder in New York, ja, geht so, weiß ich nicht und komischerweise sind die beiden Bücher Informanten, nee, nee, gar nicht, Glamorama und Rules of Attraction, die habe ich am längsten nicht gelesen, weil Glamorama ist wirklich, glaube ich, fünf, sechs Jahre her, ja, so und dann kam nach langer Pause, weil der Mann war, glaube ich, in einem ziemlichen Drogendelirium während Glamorama auch der ganzen Tour, meine ich, also es ist auf jeden Fall geschrieben, wie an einem sieben Tage Coke Bender und dann kam Luna Park und Luna Park für viele so okay, glaube ich, ist für mich nicht nur ein Meisterwerk, sondern hat das gewisse Extra, ein Meisterwerk Plus und zwar hat Bradison Ellis angefangen mit seiner Rolle, also er spielt auch selber die, es ist wie eine, wie ein Memoan, so fängt es an und entwickelt sich nachher völlig skurril und dass man dann schon ganz klar merkt, okay, erzähl du mal, aber die Parallele dazu, als ich Tales of an American Summer gemacht habe, war das ja genau das gleiche, ich habe angefangen, es sei es ein Tagebuch und nachher wird es halt völlig irre und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Luna Park erst danach gelesen habe und das war eine Parallel, die, ich meine, war wundervoll, also und Luna Park habe ich auch glaube ich schon drei, vier Mal gelesen im Laufe der letzten zehn Jahre oder acht Jahre, er muss ja im Laufe der letzten sechs, sieben, acht Jahre, irgendwie so, ich bin ein großer Luna Park Fan und also er spielt sich selbst, aber man merkt schnell, es wird, es ist eine fiktionale Version seiner selbst und was, der einzige Abtörner bei dem Buch ist für mich so ein bisschen, Brad Easton Ellis hat selber gesagt, er war zu dem Zeitpunkt, wollte er mal so schreiben wie Stephen King und ja, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, ich mag Stephen King, aber es gibt was, was es vorher noch nie gab, eigentlich in einem Brad Easton Ellis Roman, das war das übernatürliche, ja und dieser übernatürliche Faktor, der bringt es für mich so ein bisschen raus, zum Glück ist es aber immer so, dass man sowieso von drogeninduzierter Paranoia ständig reden kann, dass man auch denkt, naja, es ist alles eingebildet und er kämpft da mit ganz anderen Dämonen und die ziehen sich durch seine ganzen Bücher, es geht immer um seinem Vater, an dem er kein gutes Haar lässt und es geht immer um seine Kindheit, na also es ist schon sehr, ähm, schon viel Psychotherapie in diesen Büchern, aber Luna Park kann ich theoretisch jedem empfehlen, der kein Problem hat, dass es so ein bisschen Stephen King übernatürlich und horrormäßig wird, so, und dann kam das, was viele als die absolute Enttäuschung empfanden, weil Luna Park kam 2005 raus, Imperial Bedrooms glaube ich, dafür hat der gute Mann fünf Jahre gebraucht oder vielleicht sogar sechs, weil es erst in Deutschland 2011 rauskam, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das eigentlich im gleichen Jahr kam, auf jeden Fall fünf oder sechs Jahre waren dazwischen und man dachte eigentlich, ähm, jetzt würde vielleicht wieder so ein totaler Brecher kommen und was kam, war ein so dünnes 180 oder 169 Seiten Buch, einigermaßen groß geschrieben, nicht wie ein Pixie-Buch, aber und sogar zwischen den einzelnen Abschnitten waren große Lücken, also es hatte das ganze Design, hatte sich auch so geändert, dass man sagt, uh, vielleicht, wir müssen das noch irgendwie ein bisschen strecken, dass wir auf 180 Seiten kommen und da nicht so ein dünnes Büchlein hinlegen. Ja, und viele haben da drauf geguckt und haben gesagt, wie schreibt man denn fünf Jahre an 160 Seiten? und lustigerweise war das für mich ich weiß nicht, ich fand's fast besonders toll, weil es so wenig war. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich jeden Satz dreimal lese, weil alles ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen so a la in der Kürze liegt die Würze oder der gepresste Diamant, das in seiner kleinen Form so viel Genialität liegt, aber was Imperial Bedrooms, wo viele sagen, vergiss es, also von, ich schwöre euch, von 99% der Menschen, vielleicht von 90% der Menschen, als mit Abstand sein schlechtestes Buch deklariert, rangiert es bei mir hier. Nicht nur ein Meisterwerk, sondern mit dem gewissen Extra, denn das ist das Buch, was mich jedes Mal egal, in welcher Produktionsform ich gerade bin, ob ich gerade Fotos mache, ob ich gerade Bilder male, Podcast, egal, wenn ich dieses Buch aufschlage, wenn ich Imperial Bedrooms aufschlage und die ersten Seiten lese, vielleicht noch ein bisschen mehr als die ersten Seiten, weil das Intro ist ein bisschen, dann will ich schreiben, weil mich nichts so packt, wie eigentlich das unterschwellige Mysterium in diesem Buch. und es ist so, ich habe das Buch zu Ende gelesen und dachte, hä? Irgendwie, weh? So, und dann, wie man das halt so macht, dann guckt man im Netz und dann sind da ganz viele Leute, die sagen, hä? Warte mal, irgendwas habe ich nicht verstanden und das ist das größte Sprungbrett, was es gibt und das Beste, was du mit einem Leser, finde ich, machen kannst, den verwirren, am besten liest du das Buch nochmal und dann gibt es zwei Outcome, zwei Ergebnisse. Das eine ist, noch nicht mal der Autor hat dafür eine Erklärung, er hat einfach irgendwie wirres Zeug geschrieben, dann ist leider ganz schlecht und dann dreht sich das um und man sagt, Alter, was für ein beschissenes Buch, was hat der Typ, hat der gesoffen Lack oder und dann gibt es das Ding, wenn du sagst, okay, wenn es eine Erklärung gibt, der Autor also so viel schlauer ist, als ich, dass ich das erstmal nicht verstehe, wenn ich aber so ein bisschen darauf gestoßen werde, das nochmal lesen und sage, oh, dann hast du eins mit Sternchen und so war es, ich musste mit jemand anderem darüber reden, der sagt, aber hast du das nicht so verstanden als, und dass ich dann kapiert habe, wer, also ich weiß nicht, ich spoiler nicht, aber, weil das passierte schon auf den ersten Seiten, unser Hauptcharakter, der der gleiche, achso, das ist ganz wichtig, ich muss noch sagen, Imperial Bedrooms ist die offizielle Fortsetzung von seinem allerersten Buch unter null, es sind die gleichen Charaktere, alles nur 30 Jahre später, ja, oder 25 Jahre später, ähm, und genau darum geht es auch, es geht wieder um Clay, der nach LA zurückreist, nachdem er die ganze Zeit in New York gelebt hat, und trifft auf seine alten Freunde, und was es ganz gut trifft, ist dieses, was denn bei dieser Freundschaft unter der Oberfläche im Dunklen äh, lauert, denn, so ein stetes Gefühl zu haben, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was es ist, es ist mysteriös genug, das ist das beste Gefühl, was irgendwas bei mir auslösen kann, das ist Twin Peaks, ja, mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, mit denen ich mich beschäftigen kann, und es gibt was, das hat, darüber hat Tarantino mal gesprochen, ihr erinnert euch an Pulp Fiction, hoffentlich, und man, wir erfahren hier nie, was zum Beispiel in dem Koffer ist, ne, Vincent macht den Koffer auf und es glüht ihm so ein bisschen golden und hell entgegen und er ist sprachlos und sagt, ja, wir sind zufrieden und macht den Koffer zu, aber wir erfahren niemals, was in dem Koffer ist. Jetzt war es so, dass dann mal nach Pulp Fiction Reporter gefragt haben, sag mal, willst du nicht mal sagen, was in dem Koffer ist? Er sagt, was für eine Verschwendung das wäre. Was für ein Geschenk dieser Mann uns mit diesem McGuffin, wie man sagt, mit dieser Nicht-Erklärung, mit diesem Koffer macht, weil jeder, der diesen Film guckt, hat eine andere Erklärung und wir träumen unsere Geschichte da rein und wir sind Teil dieser Geschichte, in dem wir unsere Fantasie da reinbringen müssen, zu wissen, okay, was ist in dem Koffer? Es ist für jeden was anderes. Für den einen ist es die Seele von Ving Rhames Charakter, für die anderen ist es ganz viel Gold, für die anderen ist es, aber es ist so ein tolles Geschenk, eigene Erklärung für Dinge zu finden, sich noch mehr damit zu beschäftigen und das finde ich das Beste, was ein Autor machen kann. Murakami macht es zum Beispiel auch, der stellt ein Mysterium dahin und dann gibt es am Ende gar keine Antworten. Du musst dir dann irgendwie denken, Moment mal eben, was soll das denn, was ist das denn? Wenn man das schlau macht und gut macht, dann ist das für mich das Wertvollste, was ein Autor mir schenken kann. Und dann dahinter zu kommen und möglicherweise der gleichen Meinung zu sein wie jemand anders, ist total rewarding, ganz, ganz, ganz tolle Belohnung und was ich unbedingt gerne machen wollen würde, wenn, ich kann es jetzt nicht machen, weil es wäre der absolute Spoiler, aber es wäre total geil, irgendwie mal, wenn ich wüsste, ich habe alle das Buch gelesen und 90% von euch sagen, Alter, wer saß in dem Wagen, der Clay die ganze Zeit verfolgt hat, dann könnte ich jetzt sagen, ich weiß es und ich kann es euch sagen und dann sagt ihr, oh, oh, okay, oder er sagt, ja, oder er sagt, hä, keine Ahnung, aber ich würde so gern, so gern, so gern, so gern das Ende erklären und was genau da passiert ist, aber gehen wir jetzt mal davon aus, man versteht es nicht, die Stimmung, die ist bei einem, diese Beklommenheit, Beklemmtheit, Beklommenheit, ne, ja, diese Beklemmung, die da bei einem bleibt, geiler geht es nicht, also das ist das und das hat ein Buch geschafft, was andere Leute für einigermaßen nichtig halten und das ist ganz abgefahren, weil wir ja jetzt gleich zu dem Buch 13 Jahre, also, er hat ja 13 Jahre nicht geschrieben, aber Bretton Easton Ellis hat in der Zwischenzeit, 2019, also schon mal neun Jahre später ein Buch ausgebracht, das heißt White und White ist ein, ähm, kann man fast sagen, ist es denn sehr gut, ist es cool, vielleicht ist es auch einfach nur cool, weil, vielleicht so, vielleicht ist es auch nur cool, weil, er erzählt, ist es ein, ähm, ist es denn, ein Essay, ist eine, also es ist ein Sachbuch, kann man sagen, es ist kein Roman auf jeden Fall, es ist eher seine Beobachtung von, von dem, wie sich die Welt verändert, hin zu, zu diesem ganzen Woken-Ding, also es wird auch vielen Leuten nicht gefallen, die jetzt gerade sehr viel gefallen an unserer Woken-Gesellschaft finden, aber viel auch, was Helikopter-Eltern angeht und wie man damals Kindern nicht so viel verboten hat und aus denen trotzdem was geworden ist und wie viel man doch freier war und wie wenig wir uns bei manchen Dingen gedacht haben und wie es auch, wie gut es fast der Kunst ging, dass Horror, auch Pornografie, alles nicht so zensiert wurde und versucht hat, man versucht hat, die Menschen davor zu schützen und das ist sehr, sehr, sehr interessant, finde ich, super gut geschrieben und das Schönste ist, dass er voller Liebe und Nostalgie über das Valley und LA seiner Kindheit redet und ich das total nachvollziehen kann und ja, deshalb fand ich das, ich fand es eigentlich sehr gut, aber es sind noch ein paar Sachen drin, so ein bisschen wie er so unbewusst vielleicht auch und ungeschickt Trump verteidigt und so ein bisschen komm, cool, wir machen es aber cool ganz nach vorne, also ich fand es cool zu lesen, so, wenn jetzt kommt der absolute Hammer, ich habe nie wieder damit gerechnet, dass der Mann ein Buch schreibt, ähm, Brad Easton Ellis hat auch zu Stucki wohl mal gesagt, so hat Stucki erzählt, alter, das mit dem Buchschreiben ist durch, so und da Glucks mussten wir alle schlucken und dann kam The Shards raus und zwar dieses Jahr und The Shards ist so ein, fast so ein bisschen wie die Weiterführung von Lunapark, weil es ist wieder er selbst ist der Hauptdarsteller, aber er verkauft es noch viel mehr als das ist das, was wirklich passiert ist, als ich 17 Jahre alt war und das Buch ist 749, 760, 720, keine Ahnung, aber über 700 Seiten lang, ich habe es am Samstag beendet und ich muss selber mal gucken, für mich jetzt, ob es ein Meisterwerk ist oder das gewisse Extra auch hat, möglicherweise, ich muss es sogar hier entschieben, hallo, ist es, ich habe meine Kritikpunkte bei Insta schon genannt, also, ich finde, es ist wirklich 300 Seiten zu lang in der Mitte, ich werde sofort nochmal auf Englisch lesen, vielleicht revidiere ich meine Meinung, sage es ist nur noch 100 Seiten zu lang, aber, was zum ersten Mal in diesem Buch passiert, ich weiß nicht, ob es altersmilde ist, der Mann redet über Gefühle und an sich könnte man sagen, wunderschön, daraus bestehen Bücher, nicht die Bücher, die ich lese oder lesen will, zumindest nicht von Brad Easton Ellis, es ist mir viel zu viel zwischenmenschliche Substanz, viel zu viel, es ist nicht kalt genug und unattached, unverbunden, also, es fehlt einfach was von dieser Abgestumpftheit, die er kreierte, das ist sein Ding und die kommt aber, so viel kann ich verraten, ohne zu spoilern, die kommt nachher wieder in dem Buch und vielleicht ist es auch ganz schlau zu sagen, so war ich vorher und das hat dazu geführt, dass ich ab da so war, kann sein, dann ist es sogar ein Meisterwerk plus, aber was das gewisse Extra hat, definitiv, vielleicht müsste ich es auch hier entpacken, vielleicht sogar hier, oh, gewagt, ja, vielleicht, ist, dass es in L.A. spielt und es spielt mehr L.A., es hat mehr L.A. als alle Bücher, anderen Bücher zusammen und es hat eine Art, sich die, also die Liebe zu einer Zeit, also den frühen 80ern, es spielt 81 und die, es bleibt natürlich auch wieder in dieser reichen Kids Welt, aber das ist, absolut fantastisch, absolut fantastisch, ich hätte es mir nur noch gruseliger und kühler gewünscht und der Kontrast ist irgendwie der ein, um es einen harten, also, wenn man sagen würde, es gibt so viel Wärme und so viel Kälte in dem Buch, ist zu viel Wärme da, um es eigentlich Kontrast zu nennen, finde ich fast, oder ich sehe die Kälte in den ersten 400 Seiten, ich weiß es nicht, also, das würde ich sagen, ist mein, ja, lassen wir das so, ja, komm, wir lassen das so, das ist mein, meine Rangliste aller Brad Easton Alice Romane und, ja, unheimlich gerne, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so denkt und was ihr davon haltet und ich freue mich sehr auf unser nächstes Ranking, ihr Lieben. Achso, und wen es noch interessiert, ich glaube, es gibt die News, dass für HBO oder, naja, den Sender, ehrlich gesagt, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber die sind mitten in der Vorbereitung aus The Shards eine Serie zu machen. Ja, und das ist natürlich immer gut, bis jetzt ist, bis auf American Psycho nie so richtig was geworden, von den Verfilmungen, aber, äh, wir warten mal ab. Also, unter null, ist ein geiler Film für sich, aber das hat halt null mit der Geschichte mehr zu tun und American Psycho ist auch eine wunderschöne, ist ein wunderschöner Film für sich geworden, auf jeden Fall. Aber wir sind sehr gespannt, wie The Shards als Serie wird. Ihr Lieben, wir sehen uns zum nächsten Ranking.